So, Leute! Sag mal was! Yeah, Leute! Yeah! Nach vierzehn Jahren geht es weiter mit Pokémon Gelb! Kann es sein, dass Pokémon Gelb schon seit vierzehn Jahren draußen ist? Äh, ja, 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 ja! Ihr könnt hinkommen, ne? Ja, 19... Fuck, wann kam das, oder? Ich glaub, 96. Ungefähr, weil 95 kam ja, kam die ersten aus. 6,97 ungefähr. Also, ja, sind es ungefähr, ja, ja, sagen wir mal 15 Jahre. Hm, okay. Ja, wir sind hier, Indigo Plateau, wir müssen nur noch in die Pokéliga gehen. Musst du ja erst Geld haben? Genau, jetzt gehen wir rein. Sprech mal den Typen an. Wir können uns hüten. Hey, ja, warte, hey, warte, du Champions Spiel! In der Pokémon Liga trittst du gegen die Top 4. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz zu vorn beginnen. Ja, so sieht es aus. Das ist der AVG, ja. Also, noch nicht vor. 19... 96... äh, 96. Ja, einkaufen müssen wir nicht, weil ich hab mich schon hier vollgestopft. Mehr brauchen... Mehr brauchen... Mehr brauchen... Mehr brauchen... Genau, 3... Wären wir bad, es wäre der Beutel leer. Sehr ja. Toll, ich kann nicht klicken. Okay, jetzt noch die Tussi ansprechen. Aber jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück, viel Glück. Thanks. So, eine Sache will ich doch noch kurz checken. Ich will mal so eben in unsere, äh, Box... schauen. So. Bills PC. Ah ne, halt. Fuck, ich wollte so Bills PC. So, also. Mitnehmen. Du kannst keine Pokémon mehr tragen. Oblegen. Warte, ne, dann will ich, äh, frei lassen. Weil dann kann ich sie sehen. Okay, das ist... Das ist meine... Ja, das war, glaub, Zubat. Aha, ah ja. Cool. Das müsste Ratzfrotz sein. Lapras, okay. Siege, das ist Traumato, du Mann. Hä? Wer ist Siege und wer ist Sieke? Uff. Sieke ist Traumato, wer ist Siege? Ey, du, keine Ahnung. Wie soll's sagen? Lassen wir ihn erstmal frei. Ah, das war auch ein Ratzfrotz. Hab's dann den Ufer gehabt. Aha, okay. Okay, dann werden wir jetzt in die Liga eintreten. Und keine Zeit verschwenden. Ah, ich muss total enttäuscht von uns sein. Wieso? Weil wir kaum aus... Ich meine, wieso sind wir damals losgegangen? Naja. Um Scheiß... Um Scheiß den Pokerdex zu füllen. Und das haben wir nicht getaut. Ja, gut, er hat... Er hat den Zukunftsjuden bestimmt bezeichnet. Ja, Mann. Ich meine, dafür hat er seinen... Kick-Ass... Äh... Enkel ausgeschickt. Stimmt, stimmt. Er macht den Job. Genau. Ey, das ist schon Ehre. Stimmt. Sie liebt den Tassen Kaffee und ich habe mir so jemals gearbeitet. Ja, und ich kann durch X-Ray Vision irgendwie da durchsehen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein... Oh shit. Oh shit. Oh fuck, ne Bibliothekerin. Na, heiße Bibliothekerin. Nicht von hinten. Na, ist es cooler, sie so neben anzusprechen oder von unten? Eigentlich... An sich... An sich wegen der... Wegen der... Wegen der... Wegen der Plattform würde ich sagen von links. Weil dann hast du die linkseite und sie die rechte seite. Eigentlich fände ich es geil, wenn wir so kämpfen würden. Ja, aber dann habt ihr voll wenig Platz. Zwei Quadratmeter. Ja, und hier gab... Ja, okay. Also, von hier, ne? Ja, hier drückt. Genau, ja. Oh fuck. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lodalai und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Ich kann von Eis attacken. Ist unglaublich. Trotzdem kann ich sie nicht besuchen. Du bist um Gnade-Winsen, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Stimmt. Das Eis hat oder? Bist du bereit? Sind wir bereit? Ich hoffe noch. Los geht's. Oh shit. Oh shit. Hey, wieso keine epische... Wieso keine epische Battle-Musik? Aber egal, die haben sowieso nur Pokémon Level 10. Oh, sieht das schon... Irgendwie sieht sie heiß aus. Ja, also für 8-Bit-Verhältnisse auf dem Gameboy schon. Ja, wie sie hinkniert. Nur leid, ich möchte gehen. Los, Jugong! Ja, das ist Lüsterlack. Mein stärkstes Pokémon Level 55. Digga-Böko. Okay, ja, das ist mein Team. By the way. Lüsterlack, Shiggy, Toad... Was ist das? Oh, gut, die käme hier. Was, Shiggy ist dabei? Ja. For Bait. For Bait! Okay. Okay. Das macht Jäten, ja. Das macht Jäten, ja. Genau. Also, fangen wir mal an. Scheiße, mein stärkstes Pokémon ist nur ein Level höher als ein... Das ist das Schwächste im ganzen Raum. Na ja, doch gut, das hat sich nicht geändert. Ja. Weißt du, wie du es dann mal gehackst? Na, aber warte. Los, Ausdoss! Ich knacke dein Pokémon. Oh, sogar noch ein Level niedriger. Cool. Verdammt Ausdoss! Boah, das hatte ich... Siehst du? Los, Lammus! Nein, hinkst du jetzt los. Toll, wie sie superdrang als Attacke einsetzen. Hilarious. Ja. Verdammt, Lammus! Mann, hättest du ja Amnesie eingesetzt. Ja, Mann. Ich hab mich ein bisschen mehr erwartet von... Ich weiß nicht. Na gut, es ist... 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 Ja, was machst du jetzt, hä? Ja, ist ne gute Frage. Na, siehst du? Scheiße, ich kann Bait schon nicht einsetzen. Shiggy! For Bait. Du weißt. Shiggy, 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 Shiggy. Na gut, es ist eine Fuchte! Weißt du, hätte ich jetzt ein, ähm... Geist-Pokémon, wäre sie ziemlich gearscht. Na, stimmt. Hm, okay, ähm... Oh, fährt das nicht auf mich gehört und wollte den Neblock fallen? Stimmt. Scheiße. Okay, ich restart noch mal ohne Shiggy. Nach, wenn wir mir einfach Stoner rollen. Stoner! Ah, du hast schon ass für das Pokémon, hä? Oh, scheiße. Ich stelle für die Haare. Die Haare fangen so an zu brennen. Schläge weiter, Unde! Ich weiß, wie es in der Schlampe gehört. Hihihi. Ich denke, Fliegen beendet den Job. Los, Hanna! Schläge, Unde! Yeah! Ich bin okay. Ich bin mein bestes Pokémon. Los, Lapras! Jetzt habe ich nichts mehr vor. Bait fällt mir wieder los. Äh... Ja los, Baitschlo... Also? Äh... 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 Ja, Lapras Bodyslam! Mit deinen 50,000 Tonnen! Nein! Toll! Ja, sehr schön, Lapras! Parafusion! Das Behinderste, was geht! Los, Lapras Bodyslam! Äh... Äh... Bin verwirrt! Irgendwieso bin ich verwirrt? Naaah! Naaah! Äh... Toll, Kungfu-Strahl! Nicht mehr verwirrt! Yeah! Voll der Kamikaze... Voll der Kamikaze-Überroller jetzt! Aber ich frage mich, wie Baitschlo mit einem Lapras-Überroller machen will. Eww... Ich hab schon noch zwei Pokémon von ihr übersiegt, ne? He... 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 Yes! Warte, wieso? Warte, wieso.. Warte, 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 warte... Weil das ein A-Lein immer so gerne geben. Stimmt. Das ist Giovanni-Style. Das ist die Giovanni-Style. Scheiße! Wie kannst du es wagen?! Ich bin fußfrofagging hort. Ehe, niemanden! Du bist besser als ich dachte, das ist von außen scheiße, also geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Wie, bitte geht's? Ich möchte dich nochmal ansprechen. Du bist besser als ich dachte, geh ruhig weiter, das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Ja, ich brauch keinen Papagei. Rocko? Warte, ich muss erstmal meine Pokes heilen. Und dann gibt's da überhaupt was zu heilen. Ah ja. Ja, Hyperdran, größte Stoner. Viert, warte. Ah, Ton. Hat, 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 hat die Zunge reingestückt. Ey, ich, ich kümmere mich um meine Pokes, damit das klar ist. Also, ich fang jetzt an mit, ich werde jetzt damit anfangen. Du kümmert mich um deine Pokes, weil ich Shigi vom Bett reingest. Das Shigi reingest, damit er, damit er es in Fugler von der Schlampe durchgebe... Ampelt. Und er hat den Job gut gemacht. Shigi! Du siehst dich halt sogar Shigi komplett, obwohl das echt behindert ist. Die Justers ist. Genau. Oh shit. Also, den würde ich jetzt von... Den, nein doch, den würde ich auch von links konfronten. Weil das ist alles so schön wie in einer Arena aufgebaut. Ja, aber ich muss mich verstecken. Ich kann dich sehen, Kleiner. Raff nicht davon. Fuck! Toll. Ist es Martin Kessler im Raum oder was? Umher. Einfach Martin Kessler, weißt du. Sprich mich endlich an. Ja, äh, ich will dich im nächsten Part ansprechen, tut mir leid. Also, das... Das war Logelei. Und das ist ein Part gezahlt und mit Bruno... Bruno. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.